Außerdem beschwer' dich bei meinen anderen Bünden, weil, ne du musst jetzt das noch machen und dieses machen und jenes machen und das auch noch. Ein Team der Helm oder was? Hat so viel auf den Kleber geschüffelt. Ja, ich glaube auch. Ja, ja, ja. Und wir warten. Hm, wir warten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und wo ist wieder Schnucki? Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ich komm jetzt Wie jetzt du kommst Lass die Mache Habe ich dein Kopfkino wieder aktiviert? Soll ich erzählen? Nein Ich bin doch da Ich geh sonst Jetzt ist aber Sekunden zu spät Hast gesagt im Discord, nicht im Spiel Also bevor jetzt jemand fragt Um was das geht Ich habe gesagt Wer nicht punktgenau da ist Würde ich Eine schöne Geschichte erzählen Aber das wollen sie nicht Ja, eine Finalism-Geschichte So zwischen meinem Mann und mir Eine Geschichte Also so eine Guten Tag Na guck, da ist er Mit Kusten In Breit Spiel startet Jetzt Ich bin heute wieder diejenige, die er endauert Ja, oder ich Ich bin jetzt auch noch endauert und tot gewesen Ja komm, hier, komm Wir sind ja jetzt nicht bei der Spinnenmeer, Paul Oh nein Achso, ich bin schon drin Bitte keine Spinnen, Leute Vor mir ist Rubik Schnucki Ja Hallo Ach, wer ist Bitte doof, dass du hier nirgendwo rausgehen kannst USA USA Bevor die anderen da sind Können wir ja schon mal Vor die Türen legen Bevor die anderen da sind, können wir ja schon mal alle vor die Türen legen Was denn so Weißt du, hast du das nur vergessen? Nee Ein 43er Was? Egal Nichts 43 Ein 31er Okay 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 Das ist nur 1.30er Ah nee, lauf schneller So Kann an den Blasiasi umrennen Mann 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 Wenn man mal ein Licht ausmacht, was ist denn das? Ja, weil ich immer die falsche Tasse hochdrücke, das ist bei mir genauso Oh, hier in der Ecke hat ich gerade auch noch eine Tasse gesehen Ich habe schon mal einen Schlüssel geholt Okay Gut, können wir dann jetzt? Ich fahre nur für einen Freund zu Nee, doch nicht so Okay Es geht über gute Vorbereitung Wichtig Und du wirst, wie zickig die alte ist Ja, mein Mann hat halt auch zu mir gesagt, ich bin manchmal bockig, deswegen bin ich Steinbock Oh ja Ich habe ja mein Stroh geklaut Ja, ähm, dann mach mal Hab ich Let's go Bleibt hier, zieh klein Ich folge euch Äh Ey, die sind durchs Loch abgehauen, da passe ich nicht durch Hä? 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 Die lag doch immer so viel Stroh im Keller Ich glaube, ich brauche unterschiedlich random Brauch ich Hm So Alle da Kann man so aktivieren die Stitch Ah, die steht da Aktiviert Dann mach mal hoch Wo hab ich das Stroh weggeschlaufen? Oh scheiße Warum hab ich keinen Stroh in der Hand? Alex Kahn Wie lange die nicht rumerschießen? Wo sind das drin denn? Was? Oh, nicht hier oben bei mir Juhu Hallo Wir werden sonst mal wieder Wir werden zu, jawohl Ich hab die Ziege Nein Was? Mann, ich bleib doch mal hängen Ich bring schon mal meine Ziege weg Ja Ja Das ist ja ein bisschen knappbrecher Dann hast du schon eine weggepasst Nee, die Kosten für ein Renault machen wir schon alleine Äh Da liegt jetzt viel wieder Dann planiert doch beide zusammen, ist doch viel einfacher Ja 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 Ich glaube Ja 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 Oh, der ist nicht hinter uns hinterher. Oh, verfolgt der hier gerade den richtigen? Tür geht hier auf. Oh, jetzt geht's auf. Oh, ich bleib immer hängen, ich komm immer nicht durch die Knie. Ja, ich auch. Die Bibliothek ist aber noch nicht offen, ne? Oh, fuck, mein Leid. Ne. Alter, was bei Kraft aus der Knie gerade im Haus ist, ne? Oh, ja. Achso, ich dachte nicht. Ne, hier ist... Ich dachte, meinst du nicht? Oh! Oh, der ist nicht so. Ach, leck mich. Wo sind denn diese scheiß Ziegen hier? Oh! Mein Geberweg. Wir drücken aber immer gleichzeitig. Oh, alle Türen sind hier noch zu, Alter. Hier geblieben, hey! Ich hab' eine. Okay. Ich hab' eine. Denk dran, einen brauchen wir, der hat er. Ja, den haben wir schon fast alle. Wir kommen mal runter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, wo ist denn der Ausgang da? Warte, 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 warte. Ich komm schon runter. So, alle da? Nein. Ich kann nicht drinnen, die Ziegen. Oh nein, ich hab' meine Ziege verloren. Hat jemand Dings da? Ja, liegt da vorne nicht noch Strom. Ach, Mann, ich hab' sie wieder weggeschmissen. Was soll denn? Ja, ich bin zu blöd dafür. Das ist doch nicht. Ich stell' die holen ab. Ja, ich hab' kein Dings. Komm' zu mir, vorne. Statt E drück' ich G. Deswegen verliere ich sie immer. Haben wir noch eine Ziege oder sind alle verbrannt? Sind alle verbrannt? Ne, vier sind verbrannt. Eine Ziege muss noch irgendwo rumrennen? Ja, ich mein' die Ziege jetzt hier haben. Achso, ja, ich glaube ja. Haben wir schon für oben den Schlüssel? Ja, Spielzimmer, ich weiß. Aber nicht wo das Vieh ist. Also, das Spielzimmer ist. Also, das Spielzimmer ist oben. Da Spielzimmer ist oben. Ja. Komm, jetzt. Da steht, da steht ein Spielzimmer. Jetzt schläft's immer. Aber hier ist dein Spielzimmer. Ist doch ein Spielzimmer? Oh, es hat jetzt schon aufgelöst. Hier ist ein Spielzimmerschlüssel. Hier ist ein Spielzimmer-Schlüssel. Ah, hier. Ah, hier. Hier ist ein Spielzimmer-Schlüssel. Hier ist ein Spielzimmer-Schlüssel. Wir müssen ja die Käfigschüsse für oben finden. Ja, die letzte Ziege habe ich. Wo ist denn die Eule? Weil ich nicht wüsste. Aber halt, die Sonaten. Ich renne schnell zum Dingsbums. Oh fuck, da ist sie. Ah, fuck my life. Fuck my life, fuck my life. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sie hat mich gleich. A little snitch. So, jetzt können wir den oberen Käfigschiffen. Wenn die kommt, ich opfer mich. Alle, dude. Ey, da hältst du so ein blöder Zombie mich fest? Ja, hatte ich auch. Hatte ich auch vorhin. Und schleppen die halt weg. Mich. Wo bist du denn? Oh, Mann. Entweder vor oder hinterm Haus. Hinterm Haus. Das ist immer hinterm Haus hier. Danke. Bitte. Da schmeiß ich immer mein Stroh weg. Oh. Verkiss dich. Ja, mach mal Fenster auf. Ist oben schon die Schafe, die Ziegen draußen? Naja, wenn wir einen Schlüssel nicht haben, geht das ja nicht. Was ist denn dieser scheiß Schlüssel hier immer? Ich suche auch den Schlüssel. Ich suche auch den Schlüssel. Ah, die Hand ist gleich. Die ist hier draußen bei mir. Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel. Heckschlüssel. Ah, die Hand ist. Ah, die spackt gerade so ein bisschen nachgelassen. Ich hab mich im Wäldchen versteckt. Jetzt holt sie mich. Hat sie dich? Ja, ja. Könnt ihr rohe Schlüssel sind. Ist die Bibliothek unten schon offen? Meistens liegt ja auch in der Bibliothek. Ist offen. Ah, fuck. Schön an mir vorbeigerannt. Ich hab's gesehen. Ah, diese Drecksfieger. Warum kann ich die nicht kühlen? Alter, wo bin ich? Nicht wahr. Ich hab die jetzt. Da gibt's Monster neben mir und muss kommen. Halt die Fresse. Guck mal, ich krabbeln genauso schön über den Boden wie du. Du weißt, was ich Monster. Gehst du die Treppe wieder runter? Lass mich mal durch. Lass mich durch, blödes Vieh. Oh, die blockt einer, kommt man dann einfach nicht durch. Ja. Ja, das ist ein kurzes Leben. Merkst du, was? So, wo bist du denn? Ich glaube, ich bin zu dumm, um das Ding zu finden, einen Schlüssel zu finden, oder was? Ja, da hat er mir das. Ja, paar räumen wir auch noch nicht aus. Wir müssen ja ein anderes. Das sind ja gute Verstecke. Anscheinend gibt's ja keinen Schlüssel. Doch, die liegen meistens immer... Schlüssel, Schlüssel ist nicht hier. Ich hab dem Ehen. So. Ist irgendeiner tot? Noch nicht. Noch nicht. Ja, ich bin da voll in die Arme gerannt. Bringst du mich jetzt hin? Bring mich mal zum Schlüssel. Bring mich mal zum Schlüssel! Jetzt mal ran an das Ding, ob ich flash das Ding auf die hier. Oh, die legt mich genau vor die Tür bei der Mad Kids. Ha! Tür ist offen! Welche Tür? Die Ziegen sind frei. Sehr gut. Ja, also hattest du doch den Dings Schlüssel. Ja. Kannst du auf K gucken, welcher Schlüssel du hast? Bitte, er ist hier ein bisschen peinlich an. Mit mir allein! Nein! Achso, da habe ich es nicht. Boah, ich verlob mich hier andauernd in den Puff. Hast du? Hast du? Hast du? Habe ich. Ja. Hier ist eine Ziege. Aua, wo? Wo ist denn eine Ziege? Wo ist denn eine Ziege? Wo ist denn eine Ziege? Hier. Hier. Wo ist noch eine? Haben beide. Haben beide die hier vorne. Ja. Vorsicht, warte, warte, warte. Rom. Geilziehen brauchen wir noch, das schaffen wir Leute. denn eben war so ein keller ich habe eine die ist ja draußen kannister, kannister, kannister kannister oh die ist sehr schnell kann ich anzünden schon? zündern ich glaube die wird jetzt noch richtig sauer ich bin in der nähe von der bibliothek im Haus scheiße hat jemand und gibt es hier noch irgendwo Stroh ich habe eine Ziege ich brauche einen Medi-Pick um mich wieder zurück ja dann hast du die Ziege die ich gerade gesehen habe wo liegst du denn ich habe eine Ziege in der Hand im Hauseingang ich habe mir vorbeigelaufen ja und ich habe eine Ziege gehabt alter ich bin ja voll in die Arme hier ran die blödes Nitsch ok eier 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 steck eier 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 leig eier we eier 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 Was ist das? Steht hier in der Ecke Kommt! Wieso kann der ist aufgestanden? Blödes Andi hat noch nicht genug von Leuten Nee, ich glaube auch Halt die Fresse, blöde Vorsichtig im Eingang hier Und ich hatte gerade eine Ziege Ja Danke Und ich hatte so schöne Ziege gehabt, Alter Oh oh Zurück, 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 zurück Mach mal raus, ey Sie sitzen mir in den Ohren, ich höre es Also sie sitzen mir jetzt nicht in den Ohren, sondern Ich höre sie einfach nur So, jetzt ist die Frage, wo hast du die Ziege denn verloren? Ähm, in der ersten Etage, aber die ist schon weg Die ist weggerannt Ähm, da wo diese, äh, äh, wo du hochkommst, da wo diese Sessel stehen Ahhhh Wo du runtergucken kannst Ach, die bin ich gerade erschrocken In dem Moment, wo ich ins Haus reinlaufen will, kommt die durch die Türe raus Ja, ich hab eins Ich hab auch eins Ja Hab ich vor die Tür geschmissen Ich hab ne Ziege Wann du nennen, du bleibes Sie hat mich Ja Ich wollte auch mal Lasst mich aber mal ganz kurz liegen Ich geh mal ganz kurz in die Küche Boah, ne Ziege Mh 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 Moo Mh Mh Nein! Was hat die hier gesagt? Arnie. Stop, stop, stop. Nun los! Oh, ich bin doch ein Buckel. Okay. Ich bin doch hier draußen bei mir. Ich hab keine Stoff. Jetzt läuft sie rein. Aber sehr schnell, vorsichtig. So, ich hab kein nichts dagegen gemacht. Das ist ein Mediklip bei mir, wo ich jetzt hinfahre. Warte. Hä? Nein, das ist nicht mehr. Nein. Da, an der Ecke. In diesem Fall muss auch noch eine Inspektion. Danke. Mhm. Äh, ich fliege draußen vor der Tür rum. Mhm. Ich fühl die Schale schon mit dem Benzin. Komm, lass mich in Ruhe, Alter. So, ich hab dich alle wieder gewöhnt. Alter. Ich glaub ich. Oh je. Ich hab ein Medikit in der Hand. So ist es nicht. Oh, hier ist die Ziege. Hier ist die Ziege. Die ist genau vor wie die Ziege. Auf dem Dachboden. Die letzte. Und hier ist auch die Eule. Ja, ich brauch aber erstmal ein Stück. Jetzt rennt sie. Runter. Ich brauch erstmal ein Stück. Ich seh ja auch. Scheiß auf mein Leben. Hier ist eine Ziege. Genau vor mir. So, hab ein Stück, äh, Heu. Tolle. Hab dafür aber kein Medipack. Ist egal, ist egal. Hier ist die Ziege. Dachboden? Ja. Dann hab sie dir. Die Ziege. Hast du sie? Ist das die letzte? Ja. Ja. Hab ich aufgerufen. In der Hand. Ich nehm das Medipack. Ich geh Anni schnell wiederholen. Ich werd jetzt gar nicht hochkommen brauchen. Danke. Na runter. Die Kopf für wir. Scheiße. Die Ziege ist in der Bibliothek. Wo ist denn jetzt die Bibliothek? Oh, irgendwo noch Heu hier? Ich hab eins in der Hand. Die kommt hoch zu dir Anni. In der Bibliothek. Hier. Oben ist die Ziege. Ich hab den Heu. Scheiße. Weil im Moment ist im Keller. Läuft die. Ja im Bibliothek. Im Keller läuft die nach oben. Er hat mich. Nein. Scheiße. Ich krieg keiner draus. Ich krieg andere Medipack. Was ist denn hier? Hier ist sie. Hol du diese Dirge. Versuch zu retten schnell. Wo ist hier ein Medipack? Wer hat denn ein Medipack in der Hand? Ey, verpiss dich, du Misty. Ich lieg an dem Medipack. Die kommt mir aber grad entgegen. Die rennt jetzt in ein anderes Zimmer. Boah. Oh man, ich hab die Ziege gesagt. Und die dann auch nicht so gut. Die Ziege geht auch hier. Bitteschön. Dankeschön. Bye. Wer möchte jetzt wirklich in dieser Scheiß hinem Hierraufen. Wenn ich wahr. Wo ist denn? Ich bin auch draußen mit ihr und bin auch draußen an der Sitzbank und hab mir keine Feuer. Und hab mir gegrüßt. Wer ist denn da? Wer ist denn da wo die Ziege ist? Ja, hier liegt rechts von der lege ich. Die ist da rein gelaufen. Hier liegt auch irgendwo ein Medikid Die Ziege muss irgendwo die Kunde sein Wie ist jemand hinterher? Ich krasse sie Scheiße wir brauchen ein Heu Ich hab Heu Ich hatte Heu in der Hand Ich weiß nicht, mir beißt irgendwas Die sind auch bei mir Ja, mich hat so ein scheiß Zombie gefressen Ich hab diesen verfickten Zombie nicht gesehen Fuck my life Oh, jetzt hängt es nur noch an eine Person Wo sind jetzt alle drei gefangen? Ja, die blöde Eule, die hat uns alle hier snitcht Ich wurde angeknärbert Ich hab die Ziege gerade gehört aber Hier drinnen ist sie bei mir in der Küche Ne, im Esszimmer Die verfolgt mich gerade Hier wär auch ein Medikid Oh Gott Scheiße Eine Fresse Eine Ziege Eine Ziege Scheiße Ne, ja, passiert Oh, war es schon mal besser? Ne, wie ist denn? Ah, die hat ja überall den Gepackt, zum Schluss der die Ziege hatte Ah, ich hatte die Ziege in der Hand gehabt Und die blöde Snitch hatte mich gefangen Ja, das war ja bei mir nicht alle Ja, das war ja bei mir nicht alle Ach, halt die Klappe nicht rum Na ja Oh, dann kacke Pinkelpause, dann kann ich jetzt hochladen